Jumil ist ja quasi wie Bundesliga. Nur, dass die Kakerlaken da auf dem Boden rumkriechen, während in der Liga sind sie entweder hinter dem Mikrofon oder haben Schiedsrichterkleidung an. Oder, oder, oder. Von daher ist es ein bisschen ähnlich, aber ich bin dann trotzdem noch lieber für die Bundesliga. Äh, 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 wovon? Äh, äh, Dschungel, äh, ich hab angerufen, aber sie wollten mich nicht. Wer weiß. Bitte. Wer weiß. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017